KAKK 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 Herzlich willkommen zurück Leute bei Dragon Balls The Dokam Battle Immer noch mit Vailbler an meiner Seite, immer noch am Wu-Tang's Buu Dual Festival Also sprich dem und dem Fest hier Die Begeisterung hat im letzten Samen massiv abgenommen Ich meine Vailbler hat einen relativ guten Durchlauf gehabt Dafür dass er die beiden Banner halt echt nicht mag und echt kein Bock hat Und zusammen hat er wirklich in 8 Multis 12 Doken Fests raus gesamt Kann man also hinnehmen, wow du lächelst mal, toll Trotz des Angesichts dieser Banner Ich wurde komplett verarscht Ich hab eigentlich nichts bekommen, gar nichts Zumindest nichts was es wert wäre erwähnt zu werden Ich hab mir zu Anfangs überlegt Also jeweils einen weiteren Durchlauf zu machen An jedem Banner, sprich zwei Sum-Videos Sozusagen, hab aber festgestellt Dass es mir tatsächlich für 300 Zones Echt zu schade ist im Angesichts von dem was bald kommen wird Das heißt zum allerersten Mal In den 3 oder 4 an Youtube Die ich hier gerade mit Doken Button mache Werde ich zum allerersten Mal keinen zweiten Durchlauf machen Wobei der zweite Durchlauf eigentlich immer safe und mit dabei war Immer Das allererste Mal, dass ich sage Dass es mir ein Banner tatsächlich nicht wirklich wert ist Angesichts von dem was kommt und was es kostet Aber wir sind auch nicht fertig mit dem Fest Denn wir haben noch die Tickets hier Ja, Railblue Wir können ja schon mal die Single-Sums abarbeiten Und dann gibt es zumindest noch 4 knackige Für euch 4 knackige Multi-Sums zu sehen Und du was ist Was kriege ich jetzt? Ich hatte Trunks und Mai im Single Ne Mach nicht so weiter wie es aufgehört hat Bitte Was kommt jetzt? An welchem Banner by the way? Äh, Gotenks Ah, ich hab kein Color Ha, das war der letzte der noch gefehlt hat von dem Banner Als ob Okay, du verarschst mich komplett Ich habe übrigens auch ein SSR bekommen Easy A Dreifacher Goku Der STR Falls du ihn noch kennst Ja Aber, auch schon Rainbow Star Daher der dritte nutzlose Dupe für ihn Aber alter, du willst mich komplett verarschen Er hat Gotenks bekommen Alle anderen Gotenks, die irgendwie möglich waren auch Dann hat er noch bekommen Wer war noch dabei? Den Trunks Den Transforming Trunks Den Tag Ja Einen Dupe für SSO 2 Goku Und jetzt noch den Piccolo Also sprich einfach den gesamten Banner hat Der da abgebildet ist Ja, mir fehlt nur der Gogeta Wenn ihr euch das vor Augen führt In einem Durchlauf Denn das ist in einem Single-Sum passiert Das heißt, egal wie viele Tickets du vorher hast Du kriegst ja richtig Sums Tickets Sprich er hatte Er hat also wirklich mit einem einzigen Einsatz von Wie viel sind das? 95 Stones Bei uns Also in einem Durchlauf einfach Alles bekommen was möglich war An dem Banner Das sind wahrscheinlich dann auch die Tickets Die man sowieso durch die Logins Ständig bekommen hat Das war ja einer der ersten Ja Das meinte ich eben Genau Also das heißt Die Tickets zählen nicht als eigenes Ding Das hast du sowieso gehabt Jeder von uns Also das zählt noch als einen Durchlauf Das ist schon heftig Okay, ich habe jetzt an einem Banner Die Singles abgearbeitet Das kommt nach der zweiten schnell dran Ja, bei mir hat es ein bisschen hinterher gehangen Weil es irgendwie laden wollte Irgendwas Aber deswegen bin ich erst jetzt mit Grootings fertig Kein Problem Ich war auch so lost Ich sage es ihm vor der Aufnahme Lass während wir das Intro bubblen Schon mal die Singles machen Und ich habe es einfach nicht gemacht Ich habe es einfach direkt vergessen Ich habe es auch erst spät bemerkt Dass wir das vor hatten Aber habe ich dann irgendwann Mittendrin angefangen noch Ich auch Obwohl wir es vor zwei Minuten erst besprochen haben Haben wir es einfach beide direkt wieder vergessen Ja Läuft bei uns auf jeden Fall Man merkt Man merkt, dass es noch sehr früh am Morgen ist Weil Bayblue Ich weiß ja nicht, wenn wir uns War es auf jeden Fall früher wach Wir haben diesmal gesagt Wir machen dieses Summs einfach direkt jetzt Samstagmorgen Sprich gestern ist der Banner erschienen Gestern war ein bisschen zu stressig Und es noch aufzunehmen Das heißt Ich habe auf jeden Fall noch nicht gefrühstückt Bayblue wahrscheinlich schon wichen können Also ein bisschen Ja Dass ich noch so ein bisschen spongy im Hirn bin Bitte nicht zu ernst nehmen Meine Singlesum Meine Singlesums Laufen genauso wie man es erwarten würde Kompletter Rotz bis kompletter Mürt Ist alles dabei Was dein Herz begehrt Und der letzte Single geht gerade raus Das heißt Dann können wir anfangen Mit welchen Banner willst du nun anfangen? Willst du jetzt erst boot Oder zuerst Grootings machen? Ist mir relativ egal Da du Grootings ja schon fertig hast Kannst du mit Grootings anfangen Und Bu als VPN für dich aufheben Bestimmt auch wieder Ja Dann will ich mit Bu anfangen Dass wir quasi Wieder gegenüberliegend die Banner machen Das finde ich immer ganz cool Okay Also Bayblue hau du mal ruhig den ersten raus An Grootings Ich muss noch Mein letzten Ticket Single Ticket Bei Bu muss werden Achso Weißt du was? Da fange ich schon mal mit Bu an Ist doch okay 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 Meine letzte Chance auf Bu In einem Finalen Multisum Der jetzt schon von Anzeichen Wie der Kacke aussieht Perfekt auf jeden Fall Drei Randoms Instant Super Legend Ohne Rainbow Text SSJ Zwei immerhin Das ist noch so ein bisschen Hoffnung Aber es sieht schon wieder cheesy aus Irgendwie Ich fühle mich jetzt schon wieder Bedrohung von Darken Battle Ich glaube da kommt nichts Gescheites bei Rauch Halt Bei dir hat es geklappt Du hast die Banner extrem schlecht geredet Im ersten Video Du hast alles bekommen Also sage ich jetzt einfach mal Dass der Banner richtig kacke ist Und mich total bescheißen wird Und auf jeden Fall jetzt nichts Gescheites kommt Komm Klappt das bei mir auch? Wahrscheinlich nicht Komm Ja ok Ich gehe gerade durch Das wird einfach nur die 10 Ja Ne Ribrian Klar man kennt es physisch Auf jeden Fall Das war auf jeden Fall noch die Tickets echt worth An der Stelle Ja Also Wu ist damit abgeschrieben 17 und 18 Wu ist abgeschrieben Das heißt also wie bei Trunks Transforming Trunks Das muss der Maße sein Die werde ich einfach irgendwann im nächsten Jahr Wenn die mal irgendwo mit dabei sind zusammen Das kann doch nicht sein Ich habe weder glaube ich Langes Kammer M.H gehabt Ok Ok Wer wird es sein? Du bist am Grunddingsbender, ne? Ja Ja Ok Ok, noch nichts? Noch nichts Immer noch nichts Das kenne ich Ok Wird es irgendwie die letzte Unit oder so? Muss es ja Also eine muss es ja sein Noch ein Piccolo Der physische? Ja Der ist halt schon echt tasty so Und Fake Ella Gohan schon wieder Ja gut, den kannst du dir schenken ehrlich gesagt Das würde mich jetzt nicht so warm machen Aber der Piccolo ist auf jeden Fall geil Den habe ich damals gezogen Im März April, wo er rauskam Fand ihn damals gar nicht so geil Hab ihn mir gefühlt Drei Monate lang Trotz Logan Awakening und SAC nie benutzt Und da habe ich ihn einmal benutzt Hab gecheckt, jo die Unit ist richtig nice Und zudem spiele ich den Dude echt gerne Und echt oft Aber vor allem so Sachen wie LGE Ist ganz witzig mit ihm Auf ne andere Art und Weise Passt jetzt nicht in dieses Video rein Brave Blue ich mache jetzt meinen GoThings Durchlauf Komm Wenigstens GoThings dann Wenn schon nicht Boo Ich habe bei Boo-Banner noch nicht mal so rausbekommen Gar nichts Nicht mal irgendwie Auch wieder drei Randoms Die nichts versprechen Es sieht also genauso schlecht aus Wie beim anderen Incent ohne Rainbow Es ist genau identisch Zur letzten Sum Außer es jetzt noch SS1 wurde Also ich wurde schon wieder In die Mülltonne geklopft gerade Das war auf jeden Fall Der Gnadenstoß Von Doggenbattle Da wird nichts mehr im Banner vorkommen Ich skipp ihn jetzt mal ganz schnell durch Die Chance ist gerade extrem niedrig Dass jetzt noch irgendwas rauskommt Was mit irgendwie Freude machen würde Nö Nö Und die Nummer 10 ist ein Hahahaha Kann ich als SA-Futter noch benutzen Ein Kick-Boo-AGL Kann ich für die EZ-A noch benutzen Um ihn von SA10 auf SA50 zu machen Yay Ich habe ein Buch gezogen am GoThings Banner Ja das auf jeden Fall So muss es enden Genau so muss es enden Dankeschön Ich hatte eine GoTanimation Ja Natürlich hast du die Jetzt wohl wieder zuhören Natürlich hast du die Äh Launch Ja SSR meister damit Wenn du sie so betonst Ja Die physische Ja ok Ja die neulich ihr Awakening bekam Mhm So da In JP ja Ich glaube in Globano nicht Dann der Der physische Future Trunks Der sein Schwert wegwirft Mhm Ja Sehr gut Und dann noch Yay Super Saiyan GT Trunks also Nicht allzu spektakulär aber Ich wollte gerade fragen welche Farbe ist aber eigentlich egal Die sind alle drei Kacke Die möglich sind Ja Wobei ich glaube der AGL war noch der neueste Das heißt der ist noch technisch gesehen am besten Während STR und vor allem Tech extremer Rotz sind Aber der AGL ist auch Rotz Aber er ist am wenigsten Rotz von allen drei sozusagen Ok Das waren dann unsere unglaublich spektakulären Tickets Das heißt wir haben jetzt auch die abgearbeitet Und eigentlich war vor weniger als eine halben Stunde geplant Dass ich jetzt sage Leute bis zum nächsten Mal Ich mache nochmal einen Durchlauf bei Goten Und noch einen bei Blue Aber tatsächlich werde ich da jetzt wahrscheinlich eher gerade sagen Dass es unser letztes Video war bezüglich dieser beiden Banner Weil es kommt demnächst halt Ella, Blue, Boku, Blue, Vegeta Vielleicht noch Ella Jiren so in dem ganzen Grammarama Dann kriegen wir das ganze Weihnachts und Neujahr Zeug Und jetzt 300 Stones an den Banner zu verschwenden Wo ich mit zwei Neunit ziehen kann Die beide nicht outdated sind in dem Sinne Die sind schon gut das weiß ich keine Sorge Aber wir haben halt in letzter Zeit gerade durch Vegeta und Wuhan So guten Support für ihre Kategorien bekommen Dass man auch ohne die beiden Dudes hier leben kann Darum geht es Und der Rest von den Banner ist halt auch nur Duke-Feuerwerk für mich Das lohnt sich nicht für mich Nicht für 300 Stones Gerade im Angesicht dass demnächst halt noch ein paar fette Sachen kommen Das ist halt so das Ding Deswegen Hand aufs Herz Das war unser letztes Video bezüglich der beiden Banner Ungewöhnlich dass wir so schnell durch sind Und es gibt nur noch mindestens eine zweite Runde Manchmal auch noch drei und vier Heute gibt es nicht mal oder heute insgesamt wird es an den Banner nicht mal einen zweiten Durchlauf geben Das hatten wir noch nie gehabt Bei Red Blue aus dem Grund dass er einfach die beiden Banner geraped hat Und einfach alles bekommen hat was irgendwie gerade möglich war Und bei mir einfach aus der Enttäuschung und aus Budget-Gründen Und weil es einfach schade ist In Angesicht der Tatsache wie gesagt was Komm ich mach dir nicht weiter Ich hab's irgendwie ausgesprochen Endlich Der letzte Video ist angedeutet Jetzt ist es offiziell Wir sind durch an dem Banner Zumindest von meiner Seite aus Ich entscheide nicht für dich, Red Blue Aber ich hab dich zumindest vorhin so vernommen Dass du sowieso nicht fort bist eine zweite Runde zu machen Nee Und jetzt mit der Ausbeute wird es ja noch weniger lohnen Noch mal Stone zu verbrennen Ja Okay Ich kann ja nur Boot ziehen Und ja Dafür lohnt sich's auch nicht Nee, 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 nee Auch gar kein Ball Du hast ja sogar von Manche Vegeta einen Duke bekommen Du bist so gemein, Alter Okay, dann Leute Macht's gut Und bis zum nächsten Mal Weil wir werden trotzdem noch mal Bestandvideos aufnehmen Nur halt nicht die beiden Banner Sogar jetzt direkt am Stück Also macht's gut bis dahin Ciao Ciao